Gib mir mal Zoraja Ich muss meine Sums schnell machen Deine Sums? Ja Manaflor sind wirklich die beste Entscheidung Ich hab PP! Den können wir noch nicht geboost werden Der ist wirklich da für den Scheiß Alles gut Die hat gehealt, wir nicht Leider I see an inting Fizz Aber die Irelia ist noch mehr drin Dieser Fizz hätte es tot ULÄH Danke nicht anscheinend Ist ja gut, Schobach Brauch ich mich tot Ah, ich geh gar nicht Gehen wir rein Dieser faule Tower Nicht dein Erskamil, du Fotze Was noch? Hast du noch Windfall? Oh, der Slip Du bist so ein Affe Ich konnte nicht ulten S-R-I-Lui Sch**** Esh R-I-Li ULT Oda, lauf Esh R-I-L Esh R-I-Li Esh R-I-Li Wer steht 2-1, warum ist denn der jetzt auf K? Ezreal, Ezreal, Ezreal Ezreal, du hast Ulti Ezreal Ezreal wird seine Ulti liefern Junge, was will denn die Kamilla permanent von uns? Gibt auch nichts besseres zu tun NICE Da kommt so viel vom Spiel hier oben Raka broken Ja Tom, ich habe meine T-Taste gesucht Ezreal, günst ich das, oder? Oder Ezreal, du günst dir das, oder? Ezreal, jedes Mal mit dieser Ulti, ne? Affe Aber wir können die Irelia killen Ich bin noch nicht in Range, Talon Talon, ich bin noch nicht in Range Oh mein Gott, dieser Affe Duuude Ich habe Urschlu Schönes Kill Tom Schönes Kill Tom Willst du ihn überhaupt noch verhalten? Ja komm, geh rein Oh ok, geh raus Du kannst nicht so viel Scheiße missen Tom Der hat der Ulti auch nicht mehr bei 3 gemissten Qs Come on dude Er hat nur 300 Armor Er hat auch erst zweieinhalb Armor Ne, eineinhalb Ein Irelia wurde weggeglündet Ich bin noch ungefähr 1000 Volt und ich bin noch nicht mehr mitnehmen Ich bin noch nicht mehr mitnehmen Fizz, du suckst einfach mehrere Dicks gleichzeitig. Jetzt sind wieder... Ich hab wieder Ulti und Redemption verloren. Einfach nur, damit ich zwei Affen das Leben retten kann. Was bin ich? Fack die Greenpeace? Talon, was machst du denn da? Warum hat mich schon wieder Salonis? Ich hab's nicht voll gehabt da, ne? Aber meint. Oh, Dome, du hast noch Ruhe. Guck mal, die hat... Oh. Uh. Oh. No, lass mich doch Recon. Der Talon bereitet mir etwas Kopfschmerzen. Oder die Gummibärchen. Ich weiß nicht, eigentlich nur beiden. Die sind wirklich vegan. Der kriegt ja nicht mal genug Spells raus. Damit er die Blikiva benutzen kann. Talon? Talon? Ich sag dir, der geht rein. Und er ist tot. Und er ist tot. Nein. Uuuuuh. Uuuuh. Er hat ihn bekommen mit ihm, wenn er zurückgeflogen ist. Ich werd nicht mehr. Ja, der wird da voll. Das war ein Millimeter lang. Ah. Der wird trotzdem davon gefickt. Talon ist... Achso, ich hab's schon. Mein Gott. Die hat Sonyas gekauft. Der macht da gar nichts. Komm, Tim. Komm, schließt du hinter mir. Warum soll ich mit dem Fizz zusammen bieten? Hä? Der hintet doch gar nicht. Die ist im Moment gar nicht mal so, der nach dem Rund ausgürt, der hat man ein bisschen zu sehen. Finden wir das Ding? Oh, jei, jei, das game ist echt. Puh. Eieiei. Komm, man ja ganz schön in den Schwitzen. Die gönnen die jetzt. Ich bin ganz schön. Eieiei, die haben geintet. Ich hab noch meine Gründe... Warum ist das so oft? Guck mal, jetzt sind alle drei anderen wieder ab, aber die anderen zwei sind gestorben. Die hätten einfach den In-Hep droppen lassen können, dann hätten sie es vielleicht noch retten können. Aber ich hätte meine Wind voll. Ah, fuck. Oh. Fuck. Haben wir gerade das Game verloren? Wobei, die sind nur zu dritt. Ich hätte meine Redemption vielleicht nicht benutzen sollen. Ach da. Hol dich mal ins Damage? Oh, sag mir nicht, die können das beenden, denn Malfight tankt halt echt, ne? Hol dich mal ins Damage? Keine Ahnung, die können das beenden, oder? Nicht dein Ernst! Malfight tankt das legit einfach durch. Nicht. Im besten 8 Sekunden ist der erst ab. Ah, die können es nicht, die können es nicht mal den Tower, den Tower, den Tower, den Tower. Ja, wir haben den Tower auch gesafed. Keine Backdoor-Gefahr. Oh, Jesus Christus. Die haben auch nicht mehr viel vom Tower übrig. Nein, nein, nein. Guck mal hier, die haben... Da, da, da. Hast du TP? Ja, ich war noch TP. Sachen, die du nicht von deinem Supporter hören willst. Sind alle da? Ja. Puh. Ich kann mich gar nicht... Ich kann grad nicht mehr durchschneiden. Endet, 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 endet. Und wir haben das noch gefunden. Ja, GG. Ja, wir haben das Team einfach noch gefunden. Nice. Durch nen Justus Eschel durch und durch nen Hirntotenfiss durch. Mhh, köstlich. Ah, das war ein Rank. Das ist das erste Rekt. Das beendet meine neuner Losingstreak. Keine Bange, ich bin doch immer da. Wenn es euch gefallen hat, das ist auf jeden Fall eine positive Erwartung da und wir sehen uns hoffentlich auch in ein paar Monaten wieder.